Herzlich Willkommen hier zurück bei DOOM. Und irgendwo ist hier auch noch was am Start. Ich höre doch hier Gegner. Ach so, da... What? Na toll, hab ich grad die Waffe gewechselt. Seit wann... Warum ist denn jetzt hier wieder Action? Ich hab die doch mal... Wahrscheinlich hat er hier nicht richtig gespeichert. Aber das macht nix. Dann räumen wir halt noch mal auf, ne? Was soll's? Ist ja kein Problem. So, da unten ist auch noch einer... Dann müssen wir halt noch mal aufräumen. Das ist ja alles nix. So. Ah, verdammt bin ich. Naja, egal. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Erstmal die Dicken. Ja, ich muss die Speicherpunkte mal bisschen besser erfassen. So, hier erstmal bitte... Ja, und raus damit. So. Gut, ich glaube wir können Teleporter jetzt... Teleporter... Teleporter jetzt gerade eh nicht benutzen. Oh Gott, hier hab ich ja auch nix mehr für. Äh, dann schauen wir mal hier. Auch nicht so wirklich was. Ah, Haste. Ja, Haste ist okay. So, hier ist irgendwo noch ein Revenant. Verdammt daneben. Wow, das macht sich doch bemerkbar hier, das Update. Muss ich ja mal ehrlich sagen. Wow, zack. Boah, Haste, das war's gleich mit der Haste Mode. Oh, das bringt doch was hier mit diesem Rundumschlag. Ah, der wegt noch. Scheiße. Okay. Vorsicht, Vorsicht. So, der lebt leider noch. Hier mal grad aufräumen. Dankeschön, das hätte ich gerne. So, der Revenant lebt noch. Und sogar Swire Revenant. Da können wir noch mal gerade hier ein bisschen so... Weiß leider nicht, ob das was gebracht hat. Egal, haben wir noch ein bisschen Action hier. Ist doch auch nicht schlimm. Hallo, Impchen. Na? Was ist denn die Lage? So, den müssen wir mal gerade hier außer Gefecht setzen. Na, dann braucht die Waffe aber mal ein bisschen zum Nachladen. Ich kann dann nicht direkt wieder feuern. So. Einmal aufgeräumt. Ah, iiih. Du bist ja auch noch da. Boah, ja klar. Jetzt fliegen die auch noch, oder was? Oh, 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 oh. Schnell weg, schnell weg. Ach, der hat sich hochgezogen. Ich wollte eigentlich an die Gesundheit. So, jetzt aber, oder? Garten wir mal da was hinwerfen. Oh, scheiße. Okay. Vor dem muss ich aufpassen. Die sind echt... Also, wenn die einen rammen, dann hat man sofort verloren. Dann hat man echt sofort verloren. Vielleicht sollte ich hier noch mal ein bisschen mit der Superschrotflinte arbeiten. Die war beim letzten Mal eigentlich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Na schön. So, kann ich hier nicht einfach... Achso. Das war gar nicht der Teleporter. Na schön. Machen wir halt hier noch ein bisschen weiter. Oder ist das jetzt hier schon... Bin ich jetzt hier schon weiter? Ich glaube, hier geht es doch sowieso gleich rund, oder? Ich sammle auf jeden Fall erstmal die ganze Zeug hier ein. Aber natürlich geht es jetzt hier rund. War doch klar. Hallo. So, irgendwer... Danach sind es die Kleinen. Das ist mir egal. Wo sind denn die Dicken? Ich will eigentlich die Dicken zuerst ausschalten. Wo ich hier irgendwas mache. Oh, Benzin! Brauche ich im Moment nicht, oder? Oh doch, hat er doch gebraucht. Benzin ist immer gut. So, wie sieht es denn aus hier? Will hier keiner mit mir spielen? Was ist das denn? Ich dachte jetzt geht es hier mal ein bisschen rund. Der Feige kann ich auch. So, der kann mir jetzt im Moment da nichts machen. Aber hier jetzt, ne? Hä? Na komm. Na, renn mal ein bisschen, ne? Na, das war's mit der Munition. Ah, verdammt. So. Keine Ahnung, warum der sich jetzt nicht bewegt hat. Soll mir aber recht sein. So, super Schrottflinte. Dann werde ich die noch mal ein bisschen benutzen. Die war nämlich beim letzten Mal, wie gesagt, gar nicht so schlecht. So. Ich glaube, gegen die wird es jetzt nicht allzu viel bringen. Aber immerhin. So, noch mehr. Ich glaube, die Granaten nehme ich mir besser für größere Gegneransammlungen auf. So, war's das hier schon? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja ne Dicke jetzt. Immer noch da unten, ja. Aus der Entfernung bringt die, glaube ich, nicht so viel. Uh, Flammenwerfer. Oh. Das hat den direkt weg gemacht. Sehr gut. Aha. Ich hab dich gesehen. Hopp. So. Einmal Foto. Streufoto. So. Seit wann können die sich teleportieren? So. Und. Tschüss. So. Zack. Uiuiui. Na, wo kommst du denn her? So. Ach, direkt noch der Kollege mit dabei. Daneben. Wenn man die Gegner einmal raus hat, geht's eigentlich. So. Und tschüss. Oha, natürlich, klar. Mhm. Natürlich. So. Wie hab ich gerade gesagt? Ich wollte die Granaten aufheben. Ach, scheiß drauf. Uh. Ah, okay. Na ja. Dann komm mal hier bis hin. So. Da hinten ist noch einer. So. Immer schön auf die Pinkies aufpassen, dass die mich nicht wieder kaputtrennen. Guck mal, wer da hinten ist. Guck mal da. So. Ein bisschen hier so. Ein bisschen hide and seek. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Yo. Super. Mittlerweile geht's eigentlich so ein bisschen. So. Ein bisschen Gesundheit. Dankeschön. Na, brauch ich das noch? Ich... Ah, ich nehm's mal. Wer weiß, wofür wir's brauchen können. Jetzt hab ich natürlich... Ah, genau. Will ich hier zum Beispiel? So. Wunderbar. Da hinten. Uh. Cyberdemon. Nicht Cyberdemon. Wie heißen die noch? Höllendämon. Toll. Das ist mein Haste. Mein Dingsdreck. Toll. Iiiiiei. Ach, scheiße. So. Irgendwo war hier noch eben ne Rüstung. Hab ich die schon aufgenommen? Irgendwo gab es hier noch eine Rüstung. Ich muss jetzt aufpassen. Der Große ist hinter mir her. Ah, hättest du wohl gerne. Was? Ah, leider vorbei. Oh. Die Waffe haben wir ja auch noch. Ist der tot? Oh, da ist noch einer. So, das war's gleich mit der Muni. Hab ich aber noch getroffen. So. Ah. So. Das war's damit. Sehr gut. Ah, Waffenpunkte halten. Na, Gott sei Dank. Hier haben wir nichts mehr für Raketenwerfer. Was haben wir denn hier noch? Raketenwerfer, Schrotflinte. Alter, ich hab hier nichts mehr. Okay, ich brauch Munition. Äh, ich hätte mal einen ansägen sollen eben. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Haha. Okay, worauf ich denn jetzt? Irgendwo noch hier zufällig Munition übersehen. Ich guck mal gerade. Da ist noch ein bisschen dafür. Da ist noch ein bisschen Rüstung. Wo war denn der Teleporter, den ich... Ach, da. Aha. Karte aktualisiert. Na, schauen wir mal, wer da ist. Noch ein bisschen Zielübungen machen hier. So, solange die einen nicht sehen, ist ja alles gut. So. So, da schon mal Ruhe. Da oben ist ein bisschen Rüstung. Die hätte ich gleich natürlich gerne. Ah, wofür hab ich denn überhaupt noch was? Schrotflinte, na gut. Ach, guck mal, wer da kommt. Hier geht's doch gleich rund, das seh ich doch schon. So, ich mach erstmal irgendwo her bisschen Munition. Scheißegal. Okay, da müssen wir... Leider Gottes, tut mir leid, wir haben sieben. Gibt's doch nicht irgendwas? Ja, der ist der größte, ne? Ja, komm. Wohin der ist wegs? So. Gut, hat das gereicht? Ich hoffe. So, für euch werde ich aber jetzt nicht die gute Muni verschwenden. Ach, weißt du was? Oh. Aber da haben wir ja was gelevelt. Da haben wir ja was gelevelt. So, was... Was passiert hier gerade? Okay, nichts. Ich dachte gerade schon. So, hab ich den schon aufgenommen? Ey, ne? Auf die Tür kommen wir noch nicht. So, da haben wir noch ein bisschen Munition. Oh, da hinten möchte ich auch gerne durch. Das sieht sehr cool aus. Ei, ei, ei. So, haben wir denn hier schon ein bisschen was für? Da kommen wir gar nicht durch. Wie sieht es überhaupt hier aus? Da haben wir noch... Wo bin ich denn? Da bin ich. Okay, da hinten ist noch eine Puppe. Auf der oberen Etage. Also über mir. Ja, da sollte man auch irgendwie hinkommen. So wie es aussieht. Dann gehen wir doch erstmal nach oben. Kommen wir von hier nach oben? So. Und da ist die Rüstung. Moment, da ist die Rüstung. Und dann müsste... Hinter der Rüstung. Also einmal jetzt hier so geradeaus rüber hüpfen. So, und irgendwo hier hinten, da ist die Puppe. Ich sehe sie schon. Jawohl, sehr gut. So, die sieht cool aus. Silbern. Cyberdemon-Modell. Silberner Typ. Sehr nice. Okay, okay, okay. So, die Rüstung hätte ich natürlich auch noch gerne. Sofern es keine Umstände macht. Hupada! Ja, geschafft. Oh, und offenbar hier gibt es den Schädel. Vielen Dank. Oh, ich sollte, ähm, glaube ich besser irgendwie hier raus. Können wir hier irgendwie raus? Das wird sonst gleich hier übel enden. Warte, ich kann doch hier in Deckung, ne? Jo, kann ich. Okay, okay, alles gut. Das fährt jetzt einmal, genau. Und dann fährt es nämlich wieder hoch. Und wir können wieder raus. Gut. Und da können wir auch direkt weiter. Äh, ich weiß aber nicht. Ich glaube, wir kommen noch mal zurück, ne? Weil die andere Tür noch da ist. Dann kommen wir bestimmt noch mal zurück. Oh, verdammt. Vorsicht, nicht in die gelbe Scheiße rein. So, nicht in die gelbe. Uh, warte mal. Irgendwas gibt es hier bestimmt noch. Ja, genau. Einmal hier. Einmal dort. Noch einen schönen Stickmann. Äh, jetzt hat es irgendwie aufgehört. Wo sind die? Haben die gerade noch geschrien oder was? So, ich habe irgendwas damit geöffnet. Ha, 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 ha. Natürlich. Ich habe irgendwas damit geöffnet. Ach, wirklich. So, Raketenwerfer. Natürlich, die Kleinen sind auch aufgewacht. Okay, Moment. Die müssen wir... Ah, das sind sogar zwei. Das ist ja ein Traum. So. Aha. Lass mich mal kurz vorbei, bitte. So, der ist schon mal weg. Da waren aber zwei, ne? Ja. Oh, gemein. So. Okay, warte. So, ich warte mal grad, bis der hier hinkommt. Und... Ach, sehr gut. Okay, hat gereicht. Alter, die ganze Rüstung wieder für'n Arsch, ne? Oh. Unverwundbarkeit. Ha, 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 ha. Jetzt kommt ihr mir damit, weißt du? Jetzt kommt ihr mir mit Unverwundbarkeit. Ist ja ein Traum. So, was hat sich denn jetzt hier eigentlich für mich geöffnet? Hier hat sich gar nichts geöffnet, ne? Ah, ah, ah. Oh, verdammt. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Auf die Zeit habe ich nicht geachtet. Aber, na klar. Gut, hier ist aber relativ einfach gegen den zu bestehen, denke ich. Jo, das klappt. So. Aber, klar. Und sogar noch zwei direkt. Na, ist ja super. So, guck mal hier. Die haben irgendwie so'n Schutzschild oder sowas. So, guck ein Foto. Oh, uiuiuiui. So, das war's dann leider mit der Muni. Sind schon leicht dumm, ne? Muss man ja mal ehrlich sagen. Okay. So, hier geht's weiter. Ich würde aber gerne noch wissen... Ah, ah. Das hätte ich gerne. Ich glaube, das hat sich geöffnet eben, als wir den Schädel reingedrückt haben. Da war doch so eine Tür mit einem roten Schädel davor. Könnte durchaus sein, dass die Tür das jetzt war. Ich habe es mir leider nicht mehr genau angeguckt. So, was fehlt denn noch? Es fehlt auch gar nicht mehr so viel. Gesundheit und Rüstung. Ich würde sagen... Gesundheit. Dann fehlt nur noch eins und dann... Was denn? Ach, das ist wieder so eine Spezialkranate, glaube ich. Aber wir sind ja soweit voll. Da haben wir noch was zu lesen. Haben wir ja auch länger nicht mehr gemacht. Monster Pinky. Pinky 2. Pinkys stürmen auf ihre Beute zu, sobald sie entdeckt haben. Wobei sie eine Kontinut... Was? Cortikale Knochenplatte als eine Art Ramme nutzen. Sie nehmen sehr schnell Tempo auf. Können während des Sturmangriffs aber noch unbedingt ihre Richtung ändern. Da sie auch nicht schnell zum Stehen kommen, kann es durchaus passieren, dass sie über Kanten stürmen oder gegen massive Objekte prallen, was sie benommen macht. Im Nahkampf setzen Pinkys ihre Biss ein, um Angreifer abzuwehren. Ihre Sicht ist allerdings nicht allzu gut. Sie verlassen sich eher auf Pheromonspuren, um ihre Beute ausfindig zu machen. Die Haut an ihren Flanken ist recht dünn und bietet nur wenig Schutz. Daher solltet ihr Seiten als Schwachstelle angesehen werden. Aus Portalen wurden bereits angefressene Pinkys geborgen. Äh, was die Vermutung nahelegt, dass sie in der Hölle als Delikatesse gelten. Hm, 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 hm. Ah, ist ja super. Also wenn wir mal nichts mehr zu essen haben, dann machen wir uns ein Pinky Sandwich oder so. Da kommen wir nicht mehr hoch, okay. Dann würde ich sagen, gelber Schädel rein und Sesam öffne dich. So, wie gesagt, wir ändern uns, ich muss immer noch den Kodex besorgen. Oh. Ah, klar. Natürlich. Oh. Hier ist ja richtig was los. So, ein bisschen Rüstung. Das hat leider nicht geklappt, so wie ich das wollte. Ich glaube, das ist noch nicht der einzige, ne? Hier ist noch mehr Action. Uh. Uh. Aber klar. Ah, verdammt. Was hab ich denn jetzt gemacht hier? Ah, okay. Tschüss. Achso. War's schon? So, wer will denn hier noch Hallo sagen? Ich glaube, ich geh erstmal hier oben ein bisschen aufräumen. So, Benzin. Das ist okay. Warte mal, wo ist denn der Große? Ach da. So, pass mal auf. Wir machen mal folgendes. Oh. 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 Brauch sowieso Munition. So. Und. Her damit! Mach auf den Bauch! Hier müssen wir auch noch öffnen. Oh. Kann das... Achso. Okay. Alles klar. Ich meine, why not? Ich glaube, das Dinges möchte ich gleich mal als Plattform nutzen. Schööööööööööööööö. Einmal von der Seite. Brauchst du gar nicht erst zu machen, dein Kamehameha. Hä? Ah. So. Ah, natürlich. Natürlich. Mann, die halten aber auch was aus. So. Irgendwo war noch ein Revenant gerade. So, da wir hier wieder Muni haben. Nur klar. Uh, der Revenant ist schön explodiert gerade. Tod von oben. Leider nicht geklappt. So. Und schön. Hätte gerne wieder ein bisschen Rüstung, wenn es geht. Oh, was war das denn? Was hat da gerade so komisch gebrüllt? Uh. Okay, warte mal. Feuerlöscher. Feuer mit Feuer bekämpfen. Das ist immer gut. So, hier möchte ich glaube ich gleich rauf. Denn ich glaube... So, das ist noch ein bisschen für die BFG. ...dass wir da oben Geheimnis entdecken können. Ah, verdammt. Hier ist zu eng. So, der Ersten haben wir. Der Zweite Colt zugleich. Okay, sehr gut. Ah, das ist noch einer. Natürlich. Das ist so ein grüner. Dieser grünen Scheiße. Okay. Ich sammle erst noch ein bisschen ein. Hier ist nix mehr. Ich glaube, von hier habe ich eine gute Schussposition, ne? Das sieht gut aus. Und hier kriegen wir einen ganz gut. Ah, die sind auch noch gelenkt. Diese grüne Scheiße, die er da abschießt. So, das war's. Dankeschön. So, wo ist der Stampfer? Der hat jetzt wahrscheinlich aufgehört zu stampfen. Oder stampft der noch? Okay, danke.